herzliche grüße heute vom campus westend ich hoffe dass sie in den vergangenen wochen gut ins semester gestartet sind in ein semester mit wirklich viel viel mehr präsent wir alle blicken gespannt darauf was die politik in den kommenden tagen und wochen entscheiden wird im hinblick auf die doch sehr stark steigenden infektionszahlen für heute von uns aus der unileitung wichtige hinweis die information dass wir mit unseren regeln sehr sehr gut und sehr sicher bislang gefahren sind die unabdingbare voraussetzung dafür ist dass sich alle an die regeln halten bitte schauen sie auch noch mal auf die unterweisung wo alles aufgelistet ist was innerhalb der gebäude der goethe-universität zu tun ist welche regeln zu befolgen wir müssen alles dafür tun dass wir unsere gesellschaftlichen systeme vor weiterer überlastung schützen insbesondere das gesundheitssystem aber wollen natürlich auch unseren lehrbetrieb weiter in präsenz aufrecht erhalten daher meine herzliche bitte an sie alles zu tun damit wir dies weiter super schaffen bleiben sie vorsichtig bleiben sie gesund und auf bald